Willkommen zu einem weiteren Bonuspart von Trampox Universe auf Gates Die Teufels Drachen wollen aufs Maul haben und Ja, wir erfüllen in ihrem Wunsch Sie haben nämlich eine Nachricht geschrieben, wo sie geschrieben haben Können, kannst du uns verprügeln? Hab ich geschrieben Ja klar, kein Problem, wenn ich wieder aufnehme Gut, erledigt, jetzt haben wir es Ich weiß, wie er verrückt Komm Ah, nur wo So heißt das, das ist weg Au, 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 au Das brennt Na komm Sei mir deine Macht Ohne wie schwach du wirklich bist Ja komm Alter, wie der stirbt Mann Bist du auch, Dickish Perfekt Perfekt Tor suchen Dahin Zum Gletscher Da waren wir schon lange nicht mehr Ja Sagst du, du wirst ausgelöscht Sagst du, du wirst ausgelöscht Na komm Alter Alter, der lebt immer lange Alter, der lebt immer lange Stopp Ich bin geiler voll Aufladen Aufladen Jetzt zu dir Wir haben nämlich noch was zu klären Wo ist er Wo ist er Aufladen Los Unterirdischer See Interessant Was wir da ausgesucht haben Wow Der legst noch an Na komm Ich treffe ihn nicht mehr Ich treffe ihn nicht mehr Komm her Jetzt töte ich dich Der ist für wieder da oben Ratte Gebe auf Genau So ist richtig Greif mich an Hast du Schiss vor mir Alter Der hat Schiss vor mir Ja Na komm Yep Der stirbt Komm her Den treffe ich nicht mehr Der war ich aus Hör auf zu blocken Du Assi Geschafft Was ist der Fall Ich weiß Du hast mehr als das Wieder neue Attacken Nächste Mission Anpassen Fähig Ne Attribute Auch Boosten Wir machen Das war Einfach mal Perfekt Ich mag es immer noch Hinterher Hinterher Ich mag es immer noch Los Los Dann wollen wir mal aufräumen Zurück hier Die 6 sind zurück Komm her Mira Das ist das Just dir Mira Er hat Es kapiert Wenigstens Tschüss Die vergessen Komm her Junge Oh Geil Jetzt Jetzt geht's los. Ich hoffe, wer in der Gesellschaft da ist, interessant. Zeit läuft ab. Treff! Jetzt! Ach, du bist so nutzlos. Komm! Komm! Jetzt sehen wir, was wir da drauf haben. Los, Feuer! Aus allen Rohren! Wir haben noch nie gegen Tora gekämpft, also wird's schwierig. Ja! Die wird auseinandergenommen! Meine brutale Zeit ist echt genial! Ich hab dich gesehen! So blöd bin ich nicht! Was ist diese Macht? Wer bist du? Wer bist du? Ja! Ja! Und weiter! Nächste Quest! Erstes Training! Nächste Training! Nächste Training! Nächste Training! Besiege Gott, wo ist er? Wirst du alle vier vorn besiegen und dann, wo ist er? Das ist aber lustig. Jetzt werde ich anklassieren, dass du stirbst, ran! Wo bist du? Stirbst du mal dran? Ich wusste es doch, du bist ein Arschloch! Jetzt gehen wir aufs Ganze! Komm her, Füßer! Was war das jetzt? Wolltest du dich gerade unterhalten oder was wolltest du von mir? Füßer ist weg! Scherbstahl wieder! Jetzt zu dir! Wir haben was besprechen, Füßer! Ich weiß, das klingt günstig, aber naja... Ich weiß, das klingt günstig, aber naja... Ich weiß, das klingt günstig, aber naja... Ich hol mir klar! Jetzt aufladen bis zum maximalen Anschlag und dann geht's los! Füßting! 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 Ich hab' gesagt... Füßting! Wenn du mal in die Nähe kommen willst. Komm, lass dich da fisten, Junge. Es kann nicht so schwer sein, den zu töten, Mann. Ich muss ja wieder aufladen. Ich muss mich ja wieder retten. Und du stirbst dran. Wo ist er denn wieder? Och, Mann, ey. Ich kicke den nicht aufs Radar. Ich kicke den nicht drauf. Geh rein. Perfekt. Jetzt kann ich mich holen. Klamin. Der hat immer so viel. Dem mach ich jetzt so platt. Erledigt. Erledigt. Extra-Rundeck. Geilo. Wo? Now then. It's time to dole out someone. Wo? Wo? Got it. Was bist du für ein Arsch? Bassmusik, yeah War die Musik bestimmt lauter? Warte mal Ich nehme die Effekte etwas runter Ich glaube es ist jetzt laut genug Stopp! Feigling Warte mal, kann ich auch langsam machen? Ich höre euch ein bisschen Musik besser liefern Jetzt war alles leiser, aber ihr hört Musik etwas stärker Ich lade uns jetzt wieder auf Man hat sich mir genähert Feuer! Feuer! Ich gehe ja frontal vor Ich mag die Mucke Ich denke mal, ich werde jetzt im Zweierausbruch auch mal die Mucke benutzen Weil ich finde, die Mucke ist einfach drauf Also Gucke hat echt viele Leben Meine Fresse, ey Beschäftigt mal bitte den Vegeta Ich erläge sofort zu Gucke und dann ist die Sache erledigt WG, da geh mir aus der Sicht, Mann! Hier ist mein Opfer! Ach, Opfer, ey! Du sagst, wo geht mir die Fussvisier, Mann! Jetzt haut er auch noch wieder ab, der Arsch! Ist so ein Arschloch! Komm, Einschuss habe ich noch! Der muss reingehen! Jetzt höre ich mir wieder so Ich hoffe, dass er zu mir kommt So, Goku, lass ihn in Ruhe! Wir haben ihn gleich! Und raus mit euch! Ihr seid Arschloch! Ihr seid draußen! Das war lustig, Mann! Ja, perfekt! Das ist mein Apprentiss! Ja! Oh, yeah! So, was gibt es denn noch für Quests? Wie viele haben wir denn eigentlich auf Lager? Ich weiß ja nicht, ich habe jetzt in die Jagd geguckt! Vier Die machen wir noch flott Dann machen wir in dem nächsten Part Die letzten drei Ich hoffe ich schaffe die heute alle Wäre echt nice Ich denke mal ich habe auch genug Kapseln übrig Dafür um die drei Die vier Missionen noch zu schaffen Also Ich erwarte dass ich es schaffe man Ich erwarte das einfach nur Hier gebe ich um die einen an beiden Ich mache den hier Der Arsch gehört mir So komm Ja war ich ja gar nicht Komm jetzt räumen wir auf Wichser Eier Mann Du bist ein Arschloch Der ist ein Arschloch ey Geh mit dem Früher zusammen ins Grab Da wo du auch hergekommen bist Gibt es noch mehr Angst? Ich glaube ich muss Früher noch zeigen Was Angst bedeutet Jetzt habe ich dich Jetzt gehen wir aufs ganze Angriff Ich denke wir sind einfach fünf Minuten Blatt machen Wenn es fünf Minuten bleiben sollen Dann Ihr habt das schaffbar Ich könnte auch Innerhalb von einem Minuten noch schaffen Dafür müssen aber alle Meist mal in Angriff jetzt sitzen Ich hoffe es sitzen alle What the fuck war das? Schütz mich Danke Ihr kriegt jetzt einen oder anderen Bonus Guck mal in der GL Komm ich habe das Der fünf Minuten Ist gleich abgearbeitet Das Thema Komm Alter Best Combo ever Und geschafft auch noch Oh Gott Ging das gut Ja Wenn ihr wollt Könnt euch wieder einen Kommentar In den Werken da lassen Wir sehen uns im nächsten Bonus Das war der letzte Bonus Part Von Trampox Zinevice wieder Bis dahin Emerald Control